Der Antiproton-Decelerator ist ein Speichering am CERN in Genf. Ziel des AD ist es, die vom Protonsynchrotron erzeugten Antiprotonen abzubremsen und den verschiedenen Antimatrie-Experimenten zur Verfügung zu stellen. Geschichte Am CERN wurden seit Ende der 1970er Jahre mit dem Protonenstrahl des Protonsynchrotron-Antiproton erzeugt und für Versuche mit Antimatrie in den Anlagen Antiproton-Accumulator, Antiproton-Collector und Low-Energy-Antiproton-Ring eingefangen, gesammelt und abgebremst. 1995 zeigte das PS-210-Experiment am Leerspeicher-Ring am CERN, dass es prinzipiell möglich ist, Antivasserstoff herzustellen. Allerdings konnten nur 9 Antivasserstoffatome mit einer kinetischen Energie von ca. 1,2 GeV hergestellt werden. Dies entspricht bei Antivasserstoff einer Geschwindigkeit von 0,9 C oder einer Temperatur von 1,4 x 1013 Grad Celsius. Aufgrund dieser hohen Temperatur spricht man auch von heißem Antivasserstoff. Da man mit Antiatomen auch Theorien wie ZB, das CPT-Theorem und verschiedene Vorhersagen über Antigravitation überprüfen kann, ist es von besonderem Interesse, Experimente an Antivasserstoff durchzuführen. Um Hochpräzisionsexperimente durchzuführen, benötigt man wesentlich größere Mengen und um mehrere Größenordnungen kältere Antivasserstoffatome. Dies war mit dem PS-210-Aufbau nicht zu erreichen. Im Jahr 1996 wurden die Anlagen zugunsten des LHC stillgelegt. Wegen des weiterhin großen Interesses an gekühlten Antiprotonen entschied man sich aufbauend auf den Bauteilen des AC, den Antiproton-Decelerator zu konstruieren. Die Umbaupläne wurden im Februar 1999 genehmigt. 1999 war der Antiproton-Decelerator funktionsfähig und ist fähig, Antiprotonen mit einer kinetischen Energie von 5,3 mEV zu liefern. Nach der Fertigstellung des ARD wurden im Innern des Speicherrings verschiedene Antimaterie-Experimente aufgebaut. Viele beschäftigen sich mit der Herstellung von kaltem Antivasserstoff, andere nutzen die Antiprotonen für andere Zwecke wie Z-B-A-S-A-C-U-S-A, welches Messungen an exotischen Atomen vornimmt. Funktionsweise Antiprotonenerzeugung Da Antiprotonen auf der Erde nicht natürlich vorkommen, müssen sie künstlich erzeugt werden. Dies geschieht üblicherweise durch Paarbildung. Man schießt ein geladenes Teilchen mit hoher kinetischer Energie auf ein Target. Trifft das Strahlteilchen einen Atomkern, so wechselwirkt es mit einem Proton im Kern und ein Teilchen-Anti-Teilchen-Paar wird erzeugt. Unter bestimmten Umständen entsteht ein Proton-Antiproton-Paar. Das so erzeugte Antiproton wird durch Massenspektrometer von den Protonen und den anderen erzeugten Teilchen-Anti-Teilchen-Paaren getrennt. So, dass man nur noch Antiprotonen im Strahlrohr hat. Aufgrund der Viererimpulserhaltung beträgt die minimale kinetische Energie. Dies entspricht einem Impuls von 6,5 GeVc. Da die Protonen im Kern des Target-Materials gebunden sind, ist die tatsächliche Energie etwas niedriger und hängt von dem verwendeten Material ab. Üblich sind hier Kupfer, Iridium und Beryllium. Da die Antiprotonenbildung mit Protonenimpulsen höher als 6,5 GeVc wesentlich wahrscheinlicher wird, verwendet man Protonen mit einem Impuls von 26 GeVc. Dies entspricht einer kinetischen Energie von etwa 25 GeV. Um diese recht hohe Energie bereitstellen zu können, wird ein Teilchenbeschleuniger benötigt. Im Falle des AD ist dies das Protonsynchrotron, welches auch als Vorbeschleuniger für den LHC verwendet wird. Aufbau der AD ist ein Speicherring mit einem Umfang von 188 Meter. Er besteht im Wesentlichen aus den Teilen des Antiproton-Collector, einem Speicherring, welcher zuvor zum Sammeln von Antiprotonen eingesetzt und auch am PS-210-Experiment verwendet wurde. Allerdings wurden sehr viele Teile stark modifiziert. So wurden alle Leistungswandler besser stromstabilisiert und das Vakuum im Vergleich zum Vorgänger um den Faktor 20 verbessert. Zum Abbremsen der Antiprotonen verwendet man Beschleunigungskavitäten, die allerdings verkehrt herum betrieben werden. So dass die Teilchen nach dem Durchlaufen der Kavität langsamer sind. Um die Imittanz des Teilchenstrahls zu verringern, besitzt der AD die Fähigkeit. Die beiden Standard-Kühlmethoden stochastische Kühlung und Elektronenkühlung anzuwenden. Die Antiprotonen werden nach der Abbremsprozedur mit einem Kicker an die Experimente weitergeleitet. Ein Kicker ist ein Elektromagnet, der schnell eingeschaltet werden kann und so die Bahn der Teilchen verändert. Durch geschicktes Ansteuern kann damit eine Art Weiche für geladene Teilchen realisiert werden. Der AD kann zu Kalibrationszwecken mit Protonen befüllt werden. Da Protonen die entgegengesetzte Ladung von Antiprotonen aufweisen, werden sie von den Ablenkmagneten in die entgegengesetzte Richtung abgelenkt. Damit sie aber dennoch gespeichert werden können, kann man sie mithilfe eines zweiten Strahlrohrs in entgegengesetzter Richtung einschießen. Um die Fläche der Halle optimal auszunutzen, baut man die Experimente im Innern des AD-Rings auf. Um den AD zu kalibrieren und die Bestandteile zu synchronisieren, nimmt man ihn mit Protonen in Betrieb. Der Vorteil, den Protonen gegenüber Antiprotonen bieten, ist die Tatsache, dass sie in wesentlich größerer Menge vorliegen. Da man sie direkt vom Protonsynchrotron in den AD einschießen kann und nicht in einem Zwischenschritt über die Paarerzeugung herzustellen braucht. So stehen typischerweise Protonen zur Verfügung, während es im Operationsbetrieb nur sind. Auf diese Weise werden die Signale der Messgeräte stärker und man erhält ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis. Betrieb Ein Abbremszyklus beginnt damit, dass die Antiprotonen vom Target mit einem Impuls von 3,5 GeVc in den AD eingeschossen werden. Da die Emitanz noch sehr hoch ist, wird sie mithilfe der stochastischen Kühlmethode verringert. Nachdem die Emitanz ausreichend reduziert wurde, beginnt man mit dem eigentlichen Abbremsvorgang. In wenigen Sekunden werden die Antiprotonen mithilfe der Kavitäten auf einen Impuls von 2 GeVc gebracht. Dabei wird aber gleichzeitig die Emitanz wieder erhöht, deshalb muss man erneut die stochastische Kühlung anwenden. Man beachte, dass Kühlmaßnahmen nur zur Verringerung der Emitanz dienen und nicht dafür verantwortlich sind, Dass das Teilchenpaket insgesamt langsamer wird, würde man die Antiprotonen direkt auf den gewünschten Impuls von 100 MeVc bringen. So würde man aufgrund der steigenden Emitanz zu viele Antiprotonen im Strahlrohr verlieren. Nach der zweiten Kühlung kann man sie erneut abbremsen und die Emitanz mittels Elektronenkühlung reduzieren. Dies wiederholt man ein weiteres Mal, um den gewünschten Impuls von 100 MeVc zu erreichen. Nach diesem Abbremsvorgang stehen etwa langsame Antiprotonen zur Verfügung. Vergleicht man dies mit den 1013 Protonen, die auf das Target auftreffen, so benötigt man im Schnitt 500.000 Protonen, um ein langsames Antiproton zu erzeugen. Mithilfe eines Kickers werden die gekühlten Antiprotonen zu den Experimenten gelenkt. Nachdem die langsamen Antiprotonen an die Experimente weitergeleitet wurden, kann man den AD erneut mit schnellen Antiprotonen befüllen. Und der ganze Prozess beginnt erneut.